Seht euch das an, Fans, ich habe gerade großartige Neuigkeiten erhalten und werde jetzt alles enthüllen, was passiert ist. Stellen Sie also sicher, dass Sie den Kanal bereits abonniert haben, damit Sie diese Neuigkeiten nicht verpassen. Die Mannschaft von Trainer Ole Werner spielt häufig Ideen und konzeptlos und kassiert viel zu viele Tore. Der Coach sieht Bremen in einem Findungsprozess. Ein langer Weg stehe bevor, um sich in der Bundesliga etablieren zu können. Dabei helfen soll nun wohl ein Talent aus den Niederlanden. Denn laut dem stets gut informierten Bremer Fanzine Deichstube ist Werder am 21-jährigen niederländischen Youngster Sem Stein von Twente Enschede interessiert. Die Mannschaft steht derzeit nach einem grandiosen Saisonstart auf Platz 3 der niederländischen Eredivisie. Stein hat großen Anteil daran. Er stand in jedem Spiel auf dem Platz und leistete dabei einen maßgeblichen Beitrag zu Twentes Erfolg. Nach nur zehn Spieltagen steht er bereits bei fünf Toren und das als zentraler Mittelfeldspieler. Eigentlich dürfte der derzeit auf Steins Position mit Romano Schmidt und Leonardo Bittencourt gut besetzt sein. Das Problem der Mannschaft liegt eher weiter hinten, im defensiven Mittelfeld sowie der Abwehrreihe. Dennoch, es wäre ein zukunftsweisender Schritt, wenn Bremen den Transfer des jungen Enschede-Leistungsträgers realisieren könnte. Einfach wahrscheinlich, dass das Vorhaben jedoch nicht werden wird. Derzeit steht Sem Stein laut Branchenportal Transfermarkt. Bei einem Marktwert von drei Millionen Euro. Doch gerade bei jungen Spielern, die auch nur ein paar Monate lang in einer europäischen Topliga erfolgreich spielen, werden derzeit vor schnell horrende Summen bezahlt. Hallo Werder-Fan, würde Stein deiner Meinung nach in Bremen in der Startelf stehen oder nicht? Was ist deine Meinung? Schreiben Sie es in die Kommentare, da es für unseren Werder sehr wichtig ist. Bleiben Sie dran, ich informiere Sie jederzeit über die neuesten Werder-Bremen-Neuigkeiten.